Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 1. FC Kaiserslautern, 3. Liga 2019-2020, 32 Spieltag, 1. FC Kaiserslautern gegen Chemnitzer FC, Ergebnis 2 zu 0. Startelf von 1. FC Kaiserslautern, Lena Griel, Dominik Schatt, Kevin Krauss, Schicknicker, Hescher, Schiff3, Bagat, Henrik Zug, Florian Pick, Timmy Thiele, Christian Kuhle, Wetter, Chemnitzer FC, Startelf, Jakob Hof, Ilter, Horender, Radimer, Ziricou, Lanker, Top, Müller, Moller, Bonka, Thomas, Talik, Horsinger. Das war's von 1. FC Kaiserslautern gegen Chemnitzer FC, Uhrzeit 22.25 Uhr.